So, hallo, da sind wir wieder. Hallo. Jetzt kommst du auch auf. Ja, bin schon auf. Sneaken, sneaken. Das ist das, wovor ich so viel Angst hatte. Wie schnell der Tod ist mit dem Sharpness 1, die er schwert einfach krank. Das heißt, hochsneaken und dann, wenn wir oben sind, können wir wieder rennen. So, dann gehen wir jetzt auf Jagd, auch von Sonic Box, weil wahrscheinlich gehen sie in ihre Base. Sonic Box. Das ist die Frage, sind die wirklich so dumm und denken, wir schauen da nicht ab und zu mal nach, wenn wir da ihre Base schon gefunden haben. Da kämpft einer mit einem Skelett, oder? Nein, das verbrennt. Das verbrennt. Ja, bis zum Tag. Okay, alles klar. Boah, das wäre jetzt schon der Hammer gewesen. Da hätte ich mich jetzt echt erschrocken. Okay, dann schnell zu den Weetalien. Weil wer weiß, ob die noch eine Ersatztruhe hatten und gerade mal Diamanten eintauschen wollen für ein Diaschwert und dann zack, 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 zack. Genau. Ja. Das ist halt die Frage. Bei Tiere sind jetzt wieder ganz viele neu gespawnt, auch Schweine und so. Ach du Scheiße, ich glaube, die sind raus. Oder? Die haben kaum mehr Leben. Hugo, wenn Hugo... Das heißt, die müssen... Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Alter, wie geil. Warte, ich muss schnell was essen. So, ich esse was. Ich geh ein bisschen näher an die ran, ja? Wenn die im Wasser sind, Digga, ich wreck die mit dem Bogen weg. Ja, ja, mach das, mach das, mach das. Die sind zu zweit nur. Okay, nice. Oh, nicht enchantet. Die sind nicht enchantet. Nicht enchantet. Geil. Das heißt, wir sind echt die einzigen Wittme enchanten, oder was? Haben wir richtig... Wenn du näher an die gehst, isst den Apfel. Digga, ich hab den Apfel nicht, du hast den. Okay, ich hab... Okay, dann esse ich den Apfel. Dann aufwassst du durch diesen. Okay, komm, voll auf, voll auf, voll auf. Ich lauf schon, ich lauf schon. Aber wir haben keinen Lava-Eimer, denk dran. Doch, ich hab... Wir haben keinen Wasser-Eimer. Achso, gut, okay, ich hab nur Wasser. Passt, aber Wasser ist... Alter, alter, alter. Auf jeden Fall verfolgen. Bloß nicht den Kommen lassen. Lol, das hat explodiert. Das waren die, oder? Oder haben die den Tee gezündet? Die haben einen Creeper, wahrscheinlich. Okay, Creeper, okay, lassen, Alter. Die wollen nicht kämpfen, warte mal. Jetzt bloß verfolgen. Nee, nee, aber die verfolgen wir jetzt. Die verfolgen wir tot. Das pingt doch nichts mit dem Bogen. Wir verfolgen die erstmal, bis wir näher an die sind. Irgendwann werden die wieder kämpfen. Ich verliere die ganze Zeit Essen. Ich muss was essen. Ja, das sagt richtig. Die essen auch was, die essen auch was. Nee, nee, jetzt wollen die kämpfen, oder? Die haben nicht enchantet. Kannst du das jetzt kämpfen wollen? Die haben echt nicht enchantet. Sag, sag, alter, Digga. Ich, ich, Power 1. Das sind jetzt die richtig geilen Folgen. Oh, der hatte Lava-Eimer. Oder was, du, das? Zack, tot. What the fuck? Ich rack die weg. Hat ihn mit dem Bogen. Hat ihn einmal getroffen. Ey, Weiß, komm, komm. Lass mir den leben. Okay, warte. Ja, dann kriegt den auch. Dann kriegt den auch. Aber komm in die Nähe. Ja, ich, der rennt weg. Und da ist auch schon das Ende der Kuppel. Ich versuche den jetzt zu bekommen. Ich kann nur nichts garantieren. Zack. So. Ich booste dich mit der Hand. Ich will auch mal Punkte. So, komm. Nice. Okay, nice, 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 nice. Digga. Alter, richtig geil. Alter, wie viele Slime-Balls die hatten. Krass. Warte mal, da vorne ist der getötet worden. Ich sammle seine Items ein. Ja, wir müssen gucken, was plötzlich ist. Da ist Lava. Das kannst du einsammeln, der Lava. Ja, warte, warte. Ich verbrenne erst mal die Sachen. Oh, die ganze süße XP auch noch. Ich habe sechs XP bekommen. Hast du Feuerzeug? Ja, Feuerzeug. Warte, ich habe auch Feuerzeug. Ich verbrenne einfach mal die Sachen, weil hier ist jetzt nichts aus Bier oder so. Ja, die haben es da. Eisensachen haben wir genug, ne? Alter, fick dich, du Slime. Scheiß Slime, ey. Okay, also ich muss sagen, es hat sich doch noch gelohnt, dass wir noch nicht ausgestiegen sind, weil wir haben schon überlegt, auszusteigen, weil hier einfach nichts passiert ist. und wir keine Folgen bringen konnten. Aber jetzt wird es eigentlich richtig geil. Ja, schön, dass ein Paar auch noch... Jetzt kann uns eigentlich keiner gefährlich werden, oder? Wenn niemand einen Enchant hat. Digga, das ist echt... Alter, guck dir meine HP. Zehn Leben. Zehn Leben, Digga. Und ich habe wieder... Wie viel habe ich? Fünf, okay. Da bin ich auch zufrieden mit. Ja, gut, dass ich ihn dann noch gelassen habe. Aber du opferst dich das nächste Mal. Ja, ja, klar. Ich opfer mich jetzt immer. Ach, du bist es. Okay, okay. Warte mal, dann schmeißt du Crap hier rein. Kann ich mir Lava nehmen? Da vorne, wo der eine gestorben ist. Ey, die hatten auch wieder ein Diaschwert. Ich habe wieder ein Diaschwert bekommen. Nice. Wie viele Diaschwerter wir haben? Krass. Ja gut, weil wir das auch intelligent lagern mal. Ich wollte schon immer mal Easy schreiben, ne? Mich regt es immer richtig auf, wenn einer Easy schreibt. What the fuck? Jetzt habe ich... Alter, was war das? Alter, wie behindert war das eben? Ich habe mir den Lava-Eimer genommen. Und ich hatte zwar einmal gestackt, habe den Lava-Eimer genommen und mein Männchen hier hat den Lava-Eimer einfach wieder rausgeschmissen. Mitten in die Lava. Wir müssen jetzt eigentlich auf Jagd gehen und die nochmal killen. Ich habe... Ja, aber ich habe keinen Lava-Eimer mehr, ne? Und ich habe... Weißt du was? Brauchst du hier bitte? Grab mal so ein Lava-Becken. Ähm. Mach da mal Lava rein. Ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Den Fernand zum Beispiel. Warte, mach da Feuer. Sparen wir ein bisschen. Ja gut, warte, dann zünde ich das gleich an, weil ich habe so viel Crap, auch den kaputten Bogen. Das Diamantschwert lasse ich mir mal. Die Slime-Bolls brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Diese ganzen Items würden ja auch nützlich sein, aber ich habe jetzt eh wieder einen Fünfer-Stack. Also brauche ich das auch nicht. Also Leute, ne? Von wegen hier. Wir sollen die Items ins Decken. Wir haben genug davon. Und jetzt machen wir Jagd auf die. Jetzt machen wir... Die müssten jetzt, glaube ich, bei der Sumpfinsel gespawnt sein, weil ich war auch vorher bei der Sumpfinsel. Lass uns... Ah, wir sind auf der Sumpfinsel, okay. Ja, genau. Dann lassen wir uns mal so ein bisschen die Gegend durchforsten an die Keine. Die Keine. Sehen Lebendinger. Und dann haben wir... Wir haben jetzt Equipment, haben wir in der Base noch für zweimal... Da, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Junk-Euro-OP, Leute. Nochmal ohne Witz, sorry, wenn mich jetzt ein paar Flamen... Ich kann nichts dafür. Ihr seht es doch. Ich habe ja Nachteile. Die hätten sich auch ausloggen können. Die können sich auch immer noch ausloggen, wenn die uns sehen, wenn die volle Leben haben. Das heißt, aber ich muss die einmal mit einem Bogen treffen, dann können sie sich nicht mehr ausloggen. Ähm, ja, weil das dann... Ich weiß nicht, ob das noch so ist, weil irgendjemand hat ja geschrieben... Ich glaube, die haben geschrieben, dass dieses mit dem... Wenn man sich ausloggt, wenn man nicht volle Herzen hat, stirbt, wenn man sich wieder einloggt, haben die, glaube ich, rausgemacht. Aber Combat Locken darf man trotzdem nicht. Die haben sich da hinten, sind die reingebuddelt irgendwo, haben die sich... Bei uns irgendwo in der Nähe? Scheiße. Hm, ich glaube sogar ja. Ähm, du bist gerade ziemlich weit vor mir. Ich versuche mal aufzuholen. Aber das ist nicht bei uns, die sind unter Wasser, haben die eine Base irgendwie. Unter Wasser, okay. Denkst du, die haben da auch ein Bettchen gemacht, dass sie da spawnen? Dann lass uns da gleich sneaken und mal so undercover-mäßig da reinbuddeln. Ich habe eine Schaufel. Soll ich dir auch eine geben? Ich sehe es nicht. Hier sind die, hier sind die. Hier, 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 hier. Okay, sneak dich, sneak dich, sneak dich. Ich sneak, sneak dich. Die haben uns so nicht gesehen. Doch, ich glaube schon. Nee. Ja, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich... Ja, ja, er hat mich angeguckt. Dann, what the fuck? Ja, der hat eingebaut. Gut, ich entstieg mich. Okay. Dann, ich komme gleich runter. Ich komme runter. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Sind das, äh, wer ist das? Freaks und Flashdienst. Die sind wieder Full Iron. Also, die haben auch... Full Iron, okay, aber kein Deer, ne, und kein Enchantment. Ich sneak mich, damit die mich jetzt nicht unbedingt sehen. Die haben sich jetzt auch beide gesneakten, also aufpassen, die könnten... Ja, eine hat sich gesneakt. Hier ist ihre Base. Die könnten vielleicht eine Falle haben. Warte, ihr sind ihre Items in der Truhe. Haben sie da Gutes dabei? Hast du gerade geschossen? Ja, habe ich. Ich gehe nach runter zu Flashdienst. Ich habe den gesehen. Der hat sich hier hinten... Der ist... Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich ihn gesehen. Ich baue hier rein. Ich bin der... Ach, da, da, da sind sie drin. Ach, du hast ihn von da aus gesehen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich sterbe, ich sterbe. Nein, oder? Ich bin tot, ich bin tot. Töte den. Nee, oder? Ich muss jetzt mal Flashdienst killen, so. Ja. Wo ist der andere? Der hat sich versteckt, der andere. Scheiße. Ich bin hier direkt daneben gespawnt. Nee, oder? Doch. Geil. Ich finde Flashdienst nicht. Ich finde den anderen nicht mehr. Wo ist der andere? Der hat sich eingebaut. Der ist tot. Wie, der ist tot? Die sind beide tot. Ich habe den einen ja noch getötet. Hä? Ach, ihr habt euch beide gleichzeitig getötet. Na kacke, ich weiß nicht, wo das ist jetzt hier. Ja, wir haben uns beide gleichzeitig getötet. Du müsstest mein Namensschild sehen. Ich lass die Items da unten. Ich bin grad verwirrt. Die stehen da oben wieder, die kommen grad auf mich zu. Echt jetzt? Oh Gott, ich find den Ausgang nicht. Wo zur Hölle ist der Ausgang? Okay, dann versuch du mal runter zu kommen, weil ich find grad ernsthaft den Ausgang nicht. Ich bin irgendwie grad verwirrt. Ich seh dein Namensschild. Ja, ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Warte, ich komm raus, ich komm raus. Ich weiß jetzt, wo das ist. Alter Leute, also wenn das jetzt mal nicht geil ist, jetzt hast du wieder nur neun. Du hast zeitweise sogar elf, ne? Ja, ich kurz, aber du hast jetzt sechs wieder. Das ist... So, wo bist du jetzt? Da vorne, hallo. Ganz vorne an der Spitze. Okay, dann reinstehend die Items alle holen. So, und dann, wenn wir die Items haben, würd ich sagen, geh mir doch auf. Soll ich quatschen? Und mach dir auch noch Platz. Das ist die, ja. Wie nice ist das? Ich wette, die ärgern sich grade zu Tode, ne? Dass sie nicht gelöftet sind. Ähm, weiß, hier hinten ging das, glaub ich, oder? Ja, 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 hier. Ich glaub, das ging hier, hier, oder? Hier, wir sind richtig, ne, ne. War das echt da? Okay. Okay, dann... Tapher in the base, muss man nicht sagen. Dann, äh, einfach mal... Gott, ich dachte eben, ich bin irgendwo rein. Kannst du mir meine enchantete Rüstung wiedergeben? Ja, ich muss gleich gucken, was ich überhaupt alles hab, ja. So, du hast alles eingesammelt? Warte, ich hab's sogar... Gut, ich hab hier ein scharpenes 1-Dia-Schwert. Ja, das ist meins. Und die Rüstung müsstest du haben. Ja, die Rüstung hab ich auch. Dann hast du noch den Power-1-Bogen. Ja. Und... Äh, Pfeile. Pfeile? Ein Stack einfach. Hab ich keine. Ich hab den Stack Pfeile. Du müsstest auch deine Pfeile wieder haben, oder? Äh, nein. Liegen die hier vielleicht noch? Hier sind so Stick-Stick-Stickys da? Oder hier vielleicht? Da vorne liegen noch Items. Okay. Genau, dann sind das vielleicht die. Aber ich hab... Ich hatte nen Stack Pfeile. Wenn nicht, dann geb ich den halben Stack. Ist kein Ding mehr. Egal, wir haben der Base ganz viel. Nee. Ja, dann geb ich den halben Stack, als ob das nicht ausreicht. Da, bitte. So. Und das Eisenschwert, das... Das verbrennen wir grad alles, ne? Sack. Ja, ja. Brauchen wir uns jetzt... Ah, das... Hä, das geht irgendwie nicht auf dem Feld. What the fuck? Irgendwie hab ich grad wieder was eingesammelt. Richtig komisch. Dann würd ich mal sagen... Warte mal. Warte mal, warte mal. Ey, die haben auch nur Wassereimer. Ich will mir dann später auf jeden Fall... Hier oben hatten sie noch nen Truhen, nen Ofen. Müssen wir mal gucken, was hier da drin war so noch. Oh, ein Ofen, okay. 32 Rohr. Oh nein, jetzt hab ich ne Enderperle weggeschmissen. Ich vollpfossen. Da war noch Rohr. Ich bin so schlecht. Eisen drin, das nehm ich mit. Da haben die ganz viel Werkzeug und so. Lapslazuli. Aber auch nur Crap eigentlich im Endeffekt. Auch nur Crap, okay. Warum haben die so viele Bowls? Wozu braucht man die ganzen Bowls, ey? Okay, dann lass schnell in unsere eigene Base gehen. Warum? Stuff wegbringen. Was hatten die denn jetzt, ganz ehrlich? Ich hab noch nen Diaschwert bei uns im Inventar, ganz ehrlich. Na, Diaschwert noch. Na gut, dann sollen wir das wegbringen oder auch schnell Jagd auf die Gelben machen? Na komm, lass Jagd auf die Gelben, weil ich hab ja nur noch beschränkt Zeit leider. Noch 10 Minuten. Genau. Okay, dann machen wir das noch, dann... Warte mal, ich schmeiß da noch ein bisschen Crap hin, den ich wirklich nicht brauche, dann können wir noch mal verbrennen. Genau, verbrennen wir jetzt. Soll ich das Diaschwert auch verbrennen? Ich meine, wir haben genug Diamanten, ne? Boah, wieder so viele gestackte Items, die man alle nicht braucht. Ähm, war es. Erzähl mal. Soll ich das Diaschwert, was ich hab, wegschmeißen oder noch behalten? Behalt, ich hab zwei Dias, aber behalt es. Das können wir ganz am Ende davon. Alles klar. Dann können wir es vielleicht später noch irgendwann in die Base bringen. Ich glaub, die sind wieder kampfbereit. Oder? Ja, ich wär schön. Ich frag mich, ob die sich jetzt schnell noch einen Enchanter gemacht haben. Aber das... Dann waren wir echt ganz nah an der Base von jemand anderem, ne? Ich meine, soweit sind wir... Wie verliert man denn, wenn man getötet wird? Zwei? Zwei. Du verlierst zwei, wenn man getötet wird. Das meine ich ja, du hattest kurz wahrscheinlich, als du ihn eingekillt hast, auch noch elf Leben. So was echt schon ziemlich Hammer ist. Ich glaub, wir sind gerade so ziemlich die höchsten von der Lebensanzahl. Ja, würde ich sagen. Zumindest du. Du zumindest. Alter, wir haben echt gerackt. Wo könnten die denn sein? Ich glaub nicht, dass die wieder da hinten sind. Bitte. Bitte seien nicht dort. Aber an der Sohnfinsel haben wir das auch nicht gesehen. Dann werden die wahrscheinlich... Ich seh's da oben auf dem Baum! Oder ist das ein Skelett? Ich glaub, das ist ein Skelett. Nee, oder? Warte, ich guck, ich hab's aufgefallen. Wir laufen so rum und warten auf... Doch, da oben auf dem Baum. Das sind die dahinter. Das sind die, das sind die, ja. Warte, ich muss schnell was essen. Ich glaub, die haben jetzt... Ich glaub, die denken sich jetzt auch YOLO, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber, äh, also muss ich sagen, männlich von denen. Also, dass die dann... Finde ich cool, dass die sich jetzt nicht die ganze Zeit verstecken. Sind faire Gegner, würde ich mal sagen. Wir natürlich auch. Ja, gut. Das ist... Davon, dass wir enchanted sind. Ja, das ist natürlich... Das ist unser Skill mit dem Weizen. Das ist unser Skill mit dem Weizen. Unser Krüner Daumen. Unser Krüner Daumen. Ich hab auch zwei Ender-Perlen. Hast du eine? Junk-Arrow. Äh, ja, ich hab eine sogar. Okay. Okay, wunderbar. Wo bist du? Dann geh ich jetzt mal... Ich bin hier. Ja gut, jetzt sind hier überall Mobs. Die laufen weg. Ähm, bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dich. Ich hab Junk-Arrow wieder. Ich seh nicht richtig. Oh, scheiße. Weil ich sag's dir gleich. Ich will nicht sterben. Ja, das ist klar. Aber es kommt jetzt... Es kommt jetzt zum Kampf. Es wird jetzt zum Kampf kommen. Ich bin direkt hinter denen. Ja, warte mal. Ich bin gleich da. Scheiße. Die sind über mir. Hinter dir, hinter dir. Die sind über mir. Ich geh den Gang hoch. Okay, jetzt zünden die da was an. Klingt aber auch nichts. So, ich geh auf Hugo los. Wenn hinter dir ist noch nicht los. Ich geh auf die beide los. Ich geh auf die beide los. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich hätte einen Apfel essen sollen. Scheiße. Gott, Gott. Beide down. Okay, nice. Okay, ich komm zurück. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass du jetzt elf leben hast. Elf leben, du vier. Das ist irgendwie nicht so das Optimale. Nein, das ist echt nicht optimal. Du hättest den Gold... Also den Goldapfel kannst du auf jeden Fall sparen. Ja, ich hätt auch nicht vorgehen sollen. Aber du hast halt grad was gegessen. Ach, scheiß drauf. Wir sind eh so stark. Ähm, lass die... Guck, dass nichts ins Feuer gefallen ist. Mach mal das ganze Feuer aus. Nicht, dass du irgendwas verbrennst von mir. Ich muss hier ein paar Mobs töten. Von den entscharneten Sachen. Ich hoffe, ich find das jetzt so auf die Schnelle. Oh, die haben beide eins? Ah ja, genau. Die haben beide noch eins. Ich hoffe, die finden mich jetzt nicht gleich und killen mich nochmal oder so. Das wär scheiße. So, ich steh hier oben. Ich weiß grad... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo waren das nochmal? Weiße. Hinter dem Berg dort. Ich hab grad voll die Orientierung verloren. Warte mal, die Koordinaten sind... Minus 270. 77. Warte, Minus... Warte, Minus 270? Ja, und Minus... Gott, diesen hinter mir, diesen... Der wird mich jetzt killen. Der killt mich jetzt. Renn, renn, renn. Wo bist du, wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Aber der wird mich jetzt killen. Darf ich mich? Darf ich jetzt? Ich kann auch nicht re-disconnecten. Ja, ich bin tot. Finde ich unmännlich. Finde ich richtig unmännlich. Ich kann nichts dagegen tun. Ja, geil. Scheiße. Geiler Scheiß. Wenn ich jetzt nochmal spawnen und der in der Nähe ist, das... Jetzt bin ich wieder beim Villager gespawnt. Dann disconnecte dann lieber. Willager. Ich komm zum Villager. Ich komm zum Villager. Richtig gay. Aber das sind jetzt meine Sachen, ne? Die spawnen ja nicht direkt. Jetzt hat er wieder zwei Leben. Scheiße, Mann. Oh Gott. Hey, jetzt hab ich auch keine Start-Items bekommen. Ja, geil. Ich reconnecte mal. Das find ich... Ich find zum Villager. Hast du Start-Items? Nee, ich hab keine Start-Items. Warte, ich komm. Ich hab die Erschwert und Rüstung für dich. Ey, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Jetzt hab ich nur noch zwei Leben. Kacke, ey. Warte, wo bist du? Ich bin beim Villager. Ich bin beim Villager jetzt. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich hüpfe hier rum bei der Fläche. Hallo? Oh, hi. Warte. So ein Dreck, ey. Wir müssen... Weil nicht, dass der jetzt die Sachen wieder bekommt. Ja, ja. Deswegen renn schnell mit. Okay. Ich renn schnell mit dir. Ich hab kein Essen. Kannst du grad ein paar Karotten hinter dir fallen lassen. Danke. So, und jetzt renn du schon mal vor. Ich bin jetzt einigermaßen gerüstet. Zumindest besser als die. Das fand ich jetzt richtig scheiße. Ja gut, aber hätte ich auch gemacht. Er hätte mir auch gemacht. Mhm, klar. Deswegen aber. Hätten wir wahrscheinlich. Ja, ich war jetzt am überlegen, ob ich disconnecten, weil die Regel war ja, wenn... Das ist halt jetzt die Frage. Ich hätte wahrscheinlich disconnecten können, weil ich nichts abgezogen hätte. Weil er hatte mich noch nicht geschlagen. Ich hätte... Das war jetzt die Frage. Ja, ich hab's gemerkt auch. Was? Wo bist du gerade? Hier oben auf den Bäumen. Hier so. Wir rennen einfach schon mal schnell hin. Ja, die Alten sind da. Die Alten sind alle da. Gut, gut, gut. Bewacht das bitte. Ich seh dein Namensschild. Ich komm jetzt zu dir. Auf einen Scheiß. Ich werd jetzt nicht... Weil wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann hab ich echt ein Problem, ne? Dann bin ich raus. Dein Scham und das Schwert hab ich hier auch. Okay. Hinter dir. Danke. Da liegen jetzt alle als Goldene Apfel und sowas. Scheiße ey. Also, auf jeden Fall, du musst die nächsten Kills bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Machen wir es ganz einfach so. Wenn wir jetzt gegen welche kämpfen, greifst du die beide an und ich nehm dann den, wo wir jetzt denken, der ist am schwächsten, den greif ich dann an. Weil wenn ich jetzt noch einmal sterbe, Leute, das ist ganz einfach so. Noch einmal tot, dann bin ich raus. So am nächsten hinter dir. Ja, warte, warte. Ich muss ordnen. Weil einiges... Du hast den Goldene Apfel. Wo? Da unten. Wo da unten? Eben noch? Ah ja, okay. Scheiße, Mann. Feuer hab ich platziert zum Löschen von Items. Ich würd sagen, wir disconnecten dann noch jetzt. Geil. Warte, warte, ich will grad noch... So, warte, dann lösch ich... Dann fangen wir jetzt grad mal an, die Sachen zu löschen, ja. Aber wenn du irgendwo noch was Gutes siehst, ne? Ja, gleich. Weil mir fehlt ein paar Enchant. Mir fehlen ein paar Enchant. Hier ist noch ein Diaschwert, genau. Warte, was schießt auf mich? Ein Skelett, okay. Ich dachte schon, das ist ein Gegner, weil der hat so schnell geschossen. Weil mir fehlt einiges an Enchant. Warte, hier ist was Enchant. Warte, das... Äh, werf ich den Hämmer weg? Das... Ja, hier ist meine Protection 1 Dingens. Ähm... Ja, dann würd ich sagen... Ja. Ja, das hier verbrenne ich grad mal. Dann müssen wir das nächste Mal zurück zur Base und Sachen enchanten. Zumindest ich muss das machen. Ja, werde ich machen. Und ich hab auch wieder nur Level, das heißt, du musst Sachen für mich entscheiden. Oh, ja, ich hab drei Level nur. Warte, das ist auch noch. Ich hab drei Level nur. Ja, gut. Sollte reichen, ne? Warte, wie viele Diaschwerter wir haben. Okay, dann würd ich mal sagen, Disconnect noch. Hier gehen wir gar nicht so die Base. Warte, warte, ich will echt alles Wichtige hier noch löschen. Bist du Full AP? Ähm, warte, noch nicht. Wenn du siehst, lösche ich auch grad mal. Ja, kommt noch mal. Ich hab keine Lust auf den Kampf. Warte. Nee, mich auch nicht. Okay, dann. Ich esse noch was und dann würd ich sagen... Bis Full AP? Tschüss. War ne geile Folge auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt ein bisschen oft gestorben bin, aber das machen wir einfach nächstes Mal wirklich so. Du greifst dich so lange, bist du fast tot und dann geh ich noch drauf, okay? Richtig. Okay, dann würd ich einfach mal sagen. Genau, weil wenn einer raus ist, macht das auch keinen Spaß. Auf jeden Fall, wir fanden es absolut geil. Ja. War echt Hammer, hat richtig viel Spaß gemacht und... Wenn ihr es auch so seht, dann zeigt uns das und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.